Der gesamte Wettlauf ins All in den 60er Jahren war die Antwort auf ein Ereignis. Mein Gott. Verraten Sie auch nur ein Wort von dem, was Sie hier sehen. Ist das Hochverrat. Alles, was die Menschen über unseren Planeten wissen, wurde weitergegeben. Ihr habt uns belogen. Ihr habt einen schweren Fehler begangen. Jahre später werden Sie uns fragen, wo warst du, als Sie den Planeten eingenommen haben? Das wird schon. Ich verspreche es. Es ist vorbei. Es tut mir leid, es ist vorbei. Optimus! Wo ist sie? Ihr verliert vielleicht euren Glauben an uns, aber niemals an euch selbst. Ab jetzt ist es euer eigener Kampf. Nein! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017